Die Norddeutsche Edelmetall-Scheideanstalt GmbH in Norderstedt bei Hamburg arbeitet als einzige Scheideanstalt Norddeutschlands auch für Privatkunden mit Kleinstmengen. Edelmetalle wie Alt- und Schmuckgolde, Zahnlegierungen oder Silber können hier direkt verkauft werden. Die Aufarbeitung und Analyse von Wertmetallen erfolgen hier anders als bei Kleinbetrieben nach internationalen Standards. Das rechnet sich für Kunden zu ihrem Vorteil. Marktaktuelle Ankaufs- und Verkaufskurse für Edelmetalle und eine schnelle Auftragsabwicklung gehören genauso zum Portfolio des Unternehmens wie systematisch korrekte und technisch einwandfreie Wertermittlungen und Analysen. Viele tausend Aufträge pro Jahr erfolgen auf dem Versandweg. Neben den Auf- und Umarbeitungen der Edelmetalle führt die Edelmetall-Affinerie in Norderstedt sämtliche Schmelz-, Elektrolyse-, Guss- und Analyseleistungen auf hochmodernen Anlagen vor Ort durch. Die neuen chemischen und technisch-physikalischen Reaktoren ermöglichen eine absolut umweltfreundliche Rückgewinnung von Feinmetallen wie Silber-, Gold-, Platin- und Palladium. Kunden aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland können sich den Wert ihrer Edelmetalle zu marktaktuellen Konditionen auszahlen lassen. Gelieferte Edelmetalle können auch zu Blechen, Drähten oder Granulaten verarbeitet werden. Viele Kunden wählen auch die Rücklieferung von Feinmetallbaren mit einer Reinheit von 99,99 Prozent, die für die Geldanlage geeignet sind. Solche Barren sind zertifiziert und damit international handelsfähig. Hierzu bietet das Unternehmen einen Hohl- und Bringservice an. Der Direktverkauf an die Norddeutsche Edelmetallscheideanstalt brachte für mich einen höheren Zahlbetrag und die Sicherheit einer korrekten Werteermittlung. Warum soll ich zum Goldankäufer, wenn der seine angekauften Teile auch an die Scheideanstalt weiterverkauft? Neben den Leistungen rund um die Edelmetallverarbeitung bietet die Norddeutsche Edelmetallscheideanstalt ihren Kunden als besonderen Service auch eine Begutachtung von Diamanten oder besonderen Stücken. Die geprüfte Sachverständige und Gutachterin für Edelmetallanalytik und Diamanten erbringt diese Leistung kostenfrei und für den Kunden unverbindlich. Besuchen Sie uns oder lassen Sie Ihr Material einfach von uns abholen. Bundesweit.